Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Hunde, Aladin auf dem Super Nintendo. Und ich spiel weiter. Gemeinsam fliehen Aladin und Jasmin aus dem Palast des Sultans und suchen Schutz in Aladins Haus, hoch über den Dächern Agrabas, zerrehen über ihre Liebe und einer gemeinsamen Zukunft. Doch die Wachen des Sultans reißen die Beine aus ihren Träumen. Aladin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, den Sultan gebracht. Aladin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Doch sein Herz und sein Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunder begleitet. Und froh, dem Kerker zu entkommen, weiß Aladin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Ich weiß es. Hinter der Verkleidung steckt der böse Mann hier, Jafar. Und er ist der Hauptbösewicht. In dieser Filmreihe, sagen wir mal. Ja, okay. Ja, jetzt sind wir schon in dieser Höhle des Schatzes. Okay. Ja, okay. Ich darf nicht vergessen, dass ich nur noch zwei Herzen habe und dann sterbe ich hier. Aber dann darf ich, glaube ich, nur den einen Abschnitt hier von vorne spielen. Aber mir geht es ja wieder gut. Oh, okay, okay, okay. Natürlich. One-up. Dü-düm. Oh, das war knapp. Ah! Tot. Ab wo darf ich denn starten überhaupt? Okay, direkt am Anfang. Nehme ich der andere hin. Na gut. Dann machen wir es halt jetzt besser. Okay. Oh, nein! Ich will diesen scheiß Diamanten haben. Aber das Problem ist gerade, dass ich per Tastatur echt keine Chance hier habe. Dü. Ah, noch nicht zu vorallig werden jetzt. Wobei, dieses Level fand ich immer schon ein bisschen tricky. Das zweite und das dritte Level auf jeden Fall. So, ich habe ihn. Okay, das habe ich auch. Ah, da hätte ich das nochmal holen können, ne? Egal. Ach, den kann ich gar nicht töten. Okay. Ohoho! Eeeh! Okay, ich muss runter. Eeeh! Okay, den kann ich töten. Und ich habe schon sechs Herzen. Ach, guck mal! Der Teppich! Alles klar! Nochmal ein Glücksspiel! Achso, ich muss noch einen Knopf drücken. Mann! Der ist schlichtmäßig ein 1up. Ja, auch wenn mir das gar nichts bringt. Okay. Ja, okay, okay, okay. Aber nicht für dich haben. Du, du, du. Und das kriege ich auch noch. Oh, oh. Du. Hä, hä, hä. Äh. Wacken wir mal. Und runter. Ha, 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 ha. Oh, oh, äh, hä. Also, naja. Okay, die Diener können mich kriegen. Weiß Bescheid? Du, 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 du. Und nein, ich werde natürlich ohne Safe State spielen. Außer ich beende natürlich den Part. Falls jemand fragen sollte. Ja, jetzt warten wir erstmal, bis das Ding wieder kommt. Okay. Okay. Du, 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 du. Oh! Du. Okay, ich hab ein Leben kassiert. Okay. Und dann mal drücken. Okay, shit. Das ist eine Scheiße. Ich bin zu blöd. Ich hab das Level irgendwie gehasst. Ich weiß nicht. Und ich frage mich, warum ich mich jetzt hier so dumm anstelle. Du, 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 du. Mann! Ich bin zu hektisch, ich merk's. Du, 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 du. Du, 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 du. So, erstmal die scheiß Fledermaus weg. So schön Kestavania-like. Okay. Okay. Warten, bis das Ding kommt. Okay. Und warum leckt das Spiel so? Ah! Okay. ja sicher ok einfach durch ok wir haben die Lampe gefunden Abo nein unglück berühre nichts aus der Lampe ok dann beende ich hier den Part bis gleich